Herzlich Willkommen! Dies ist der rechtshistorische Adventskalender. Heute können wir mit dem rechtshistorischen Adventskalender schon wieder einen Geburtstag begehen, 160 Jahre ADHGB. Vielleicht sagt Ihnen diese Abkürzung gar nichts, vielleicht wissen Sie aber auch schon, dass ADHGB für Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch steht. Nicht zu verwechseln mit dem heute noch geltenden Handelsgesetzbuch HGB. Wenn Sie das schon wussten, dann wundern Sie sich vielleicht, dass heute der 160. Geburtstag gefeiert werden soll, weil Sie vielleicht im Kopf haben, dass das ADHGB aus dem Jahr 861 stammt. Damit haben Sie natürlich recht. Wegen der komplizierten Entstehungsgeschichte des ADHGB kann man trotzdem auch heute ein Jubiläum, einen Geburtstag begehen. Das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch war konzipiert als Allgemeines Handelsgesetzbuch für die Mitgliedstaaten des Deutschen Bundes. Der Deutsche Bund war der lose Zusammenschluss der Staaten, die zuvor zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gehört hatten, nach den Napoleonischen Kriegen. Und dieser Deutsche Bund war eben nur ein loser Zusammenschluss und hatte deshalb keine Gesetzgebungskompetenz. Man ist deswegen so vorgegangen, dass man eine Expertenkommission gebildet hat, die einen Entwurf ausgearbeitet hat. Dieser Entwurf wurde dann vom Bundestag des Deutschen Bundes angenommen. Diese Annahme durch den Bundestag des Deutschen Bundes war aber nur eine Empfehlung an die Mitgliedstaaten, das Gesetz als Gesetz im jeweiligen Einzelstaat zu erlassen. Und das einheitliche Handelsrecht sollte erst dadurch entstehen, dass in allen Mitgliedstaaten des Deutschen Bundes derselbe Text als Gesetz verkündet wurde. Der Bundestag des Deutschen Bundes ist übrigens nicht nur deswegen mit dem modernen Bundestag nicht vergleichbar, weil er keine Gesetzgebungskompetenz hatte, sondern auch deswegen, weil er keine Volksvertretung war, sondern eine Versammlung der Gesandten, der Fürsten, die Mitglied des Bundes waren. Er ist also eher mit dem heutigen Bundesrat vergleichbar, der ja auch eine Versammlung von Vertretern der Landesregierung ist. Und letztlich geht er auf die Tradition des Reichstags im Heiligen Römischen Reich zurück, denn dieser Reichstag war am Ende auch eine Versammlung von Gesandten der deutschen Fürsten. Die Methode der Einheitsgesetzgebung ist auch heute noch sehr beliebt, wenn es darum geht, ein Gesetz für ein Territorium zu erlassen, für das es keinen einheitlichen Gesetzgeber gibt. Im internationalen Handelsrecht arbeitet die United Nations Commission on International Trade Law Modellgesetze aus, die dann von den Mitgliedstaaten der UNO übernommen werden können. Und in den USA hat man ähnlich wie im 19. Jahrhundert in Deutschland die Vorstellung gehabt, dass es wichtig wäre, ein gemeinsames Handelsrecht zu haben, um den Handel zwischen den Mitgliedstaaten bzw. den Bundesstaaten der USA zu fördern. Es besteht aber in den USA, obwohl die USA natürlich ein einheitlicher Staat sind, anders als der Deutsche Bund, keine Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Handelsrecht. Und deswegen wurde auch da ein Entwurf ausgearbeitet, der sogenannte Uniform Commercial Code, das einheitliche Handelsgesetzbuch. Und der wurde dann von den einzelnen Bundesstaaten als Gesetz des Bundesstaates umgesetzt. 49 der 50 Staaten der USA haben das gemacht. Nur Louisiana, wegen seiner besonderen Rechtstradition, die auch auf französischem Recht beruht, hat sich dabei herausgehalten. Und in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik ist das Verwaltungsverfahrensgesetz ein Beispiel für diese Vorgehensweise. Man wollte in der Bundesrepublik ein einheitliches Verwaltungsverfahren schaffen. Der Bund hat aber die Kompetenz nur für die Bundesbehörden. Und deshalb hat man auch hier einen einheitlichen Entwurf ausgearbeitet, der dann vom Bund als Bundesverwaltungsverfahrensgesetz für den Bereich des Bundes und von den Ländern jeweils für ihre Behörden in Kraft gesetzt wurde. Aus der nächsten Folie lässt sich ersehen, welches Mitgliedsland des Deutschen Bundes Anlass dafür gibt, dass heute ein Geburtstag des ADHGB gefeiert werden kann. Am 17. Dezember 1862 ist das Gesetz datiert, durch das das Handelsgesetzbuch im Kaisertum Österreich eingeführt wurde. Sie wissen sicherlich, dass zu dieser Zeit die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn bestand. Das allgemeine deutsche Handelsgesetzbuch sollte allerdings nur in der sogenannten cis-leitanischen Reichshälfte eingeführt werden. Das ergibt sich aus der Aufzählung von verschiedenen Territorien, in denen das Gesetz gelten soll, ganz am Anfang. Sie können es da lesen. Im Wesentlichen sind das die Gebiete, die auf dieser Karte gelb eingezeichnet sind. Grob gesprochen ist das die sogenannte österreichische oder cis-leitanische Reichshälfte, während in hellrot eingezeichnet der Bereich der ungarischen Krone oder die trans-leitanische Reichshälfte zu sehen ist. Mitglied des Deutschen Bundes waren nur diejenigen Territorien der Doppelmonarchie, die vorher zum Heiligen Römischen Reich gehört hatten. Und das waren eben Gebiete der österreichischen Reichshälfte. Übrigens nicht alle, sondern nur die meisten. Also das heutige Österreich und das heutige Tschechien, also das Königreich Böhmen und Mähren. Das waren Gebiete, die auch zum Deutschen Bund gehörten, obwohl sie nicht alle deutschsprachig waren. Aber andere Gebiete, die auf dieser Karte zu sehen sind, etwa die Gebiete in Dalmatien oder auch in Galicien und Lodomerien, in der Bukowina, waren nicht Teil des Deutschen Bundes. Man hat hier also sowas wie eine überschießende Umsetzung. Das Handelsgesetzbuch wurde nicht nur in den Gebieten umgesetzt, die zum Deutschen Bund gehörten, sondern auch etwas darüber hinaus in der gesamten cis-leitanischen Reichshälfte. Und wenig später, im Jahr 1875, wurde ein Handelsgesetzbuch für Ungarn erlassen, das sehr stark an das ADHGB angelehnt wurde. Letztlich wurde das allgemeine deutsche Handelsgesetzbuch damit zu einem allgemeinen Handelsgesetzbuch für ein großes Gebiet, das keineswegs nur deutschsprachig war. Die weitere Geschichte des ADHGB ist im Wesentlichen die Geschichte davon, wie es nach und nach von moderneren Gesetzen verdrängt wurde. In Deutschland wurde es zunächst zum Bundesgesetz des Norddeutschen Bundes und dann zum Reichsgesetz des neu gegründeten Bismarckreiches, wurde aber dann schon 1897 durch das neue Handelsgesetzbuch abgelöst. Das ist im Wesentlichen nur eine Überarbeitung des ADHGB, aber mit einer anderen Paragrafenzählung, sodass man sich nicht gleich wieder darin wiederfindet, wenn man vom ADHGB herkommt. In Österreich blieb das ADHGB zunächst in Kraft. Es wurde aber beim sogenannten Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland 1938 verdrängt durch das deutsche HGB. Und diese Einführung des deutschen HGB hat man in Österreich auch nach dem Ende der Nazi-Herrschaft, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs belassen. Es galt also dann in Deutschland und in Österreich der Text des deutschen HGB von 1897. Die Texte haben sich aber seither stark auseinanderentwickelt, zuletzt auch dadurch, dass in Österreich das HGB in UGB, Unternehmensgesetzbuch, umbenannt wurde. Es gibt aber immer noch einige Texte, die gleich sind in Deutschland und Österreich. Dessen ungeachtet kann man sagen, das ADHGB hat seine Bedeutung durchweg verloren. Stimmt das ganz? Nein, es stimmt nicht ganz. Wie Sie sehen, gibt es ein kleines unbeugsames Gebiet, das weiterhin am ADHGB festhält. Und das ist das Prostentum Lichtenstein. Auch Lichtenstein war Mitglied des Deutschen Bundes und hat deswegen das ADHGB eingeführt. Sie sehen hier die letzte Neubekanntmachung des ADHGB im Fürstentum Lichtenstein von 1997, die ausdrücklich darauf verweist, dass das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch dort seit dem Jahr 1865 gilt. Und auch heute gilt das ADHGB noch in Lichtenstein, wenn auch mit zahlreichen Änderungen gegenüber dem alten Text. Nun könnte man denken, Lichtenstein ist ja ein sehr kleines Land, das hat keine große Bedeutung. Man muss dabei aber bedenken, dass Lichtenstein wirtschaftlich sehr viel bedeutender ist, als seine Einwohnerzahl vermuten lässt. Es ist aufgrund seines attraktiven Steuerrechts und aus anderen Gründen ein beliebter Unternehmensstandort. Und es gibt, wie man in internationalen Datenbanken feststellen kann, auch Unternehmen, die durch Rechtswahlvereinbarung das Recht von Lichtenstein für ihre Rechtsbeziehungen für anwendbar erklären. Beispielsweise gibt es Fälle, in denen ein Franchise-Geber im Bereich der Gastronomie gegenüber seinen Franchise-Nehmern, also den Betreibern einzelner Schnellrestaurants, Lichtensteinisches Recht gewählt hat. So dass also Rechtschreitigkeiten zwischen dem Franchise-Unternehmen und seinen Franchise-Nehmern, egal wo das Franchise-Unternehmen angesiedelt ist, nach lichtensteinischem Recht zu entscheiden sind. Insofern geht es beim ADHGB gar nicht nur um Rechtsgeschichte, gar nicht nur um einen Vorläufer des heutigen HGB, sondern auch noch um geltendes und wirtschaftlich relevantes Recht. Soviel für heute zum Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch und dem 160. Jubiläum seiner Einführung im Kaisertum Österreich. Kommen Sie gerne morgen wieder für das nächste rechtshistorische Kalenderblatt.